hab ihn der fick klumpen bei 40 leute das ist noch eine menge vor allen dingen bei so wenig land hier müssen wir echt aufpassen ich denke mal die meisten werden irgendwo am zonenrand seinem südwesten oder unten ist schon offen in den häusern aufpassen die zonen der müssen wir noch nicht hinter uns am baum links ist auch noch einer einer ist knocked vorsichtig kommt noch ein team hinter den versteckt sich erstmal oder ja ok unten läuft auch noch was in der straße ja schnell in den turm oder einer nach links von dir besten noch habe ihn habe dich müssen noch aufpassen an der straße ist auch eben noch einer gelaufen diese waffe ist einfach zu witzig ok ich habe gerade noch zwei geholt du bist kommt noch was der wird wahrscheinlich oder das gleich draufballern auch nicht noch nicht lass ihn ja rein das macht voll spaß mit dem ding zu schießen oben 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 hinter uns am stein bei mir der stein wo ist der andere oben 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 habe ihn beide tot hole ihm auch hier zeug oder so hystero war das hystero die haben eine nade gehabt hast du schon eine nade Die sind relativ selten. Dann komm mal zu mir. Lass mal in den Turm jetzt gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in den Turm rein. Lass mal in den Turm reingehen. Hinter uns kommen auch noch welche. Rechte Seite, 190. Ich kümmere mich hier um den, der von hinten kommt, wenn ich es schaffe. Die zwei Häuser müssen nach uns erst raus. Booste dich noch. Die Barrel oder die Mutant? Muten mag ich mehr als die Barrel. Den von hinten sehe ich nicht mehr. Der ist weg. Der muss irgendwo sein hier. Okay, lass rausgehen und über rechts laufen. Keine Sorge, auf Distanz können die nicht allzu viel Schaden machen, selbst wenn die treffen. Der müsste hier noch irgendwo sein, ne? Vorsicht, der andere Typ. An der Mauer, an der Mauer war er, 100. Komm mal vor, komm vor. Wir gehen mal hier an die Mauer mit ran und an die Ridge. Du hast ja noch deine Nades, ne? Jo. Die sind vor uns bei dem Busch da, wo ich die Nade hinwerfe. Hinter uns will was pushen. Und vor uns auch. Hehe, in dem Busch dran. Ist ja auch gut. Hinter uns habe ich kurz ne Nade gehört. Müssen wir aufpassen. Die haben übrigens die Zone, ne? Also... Wir sollten die hier vorne pushen. Komm mal mit mit mir. Komm mit, wir pushen den hier. Okay, direkt heilen und dann Smokes werfen. So ein bisschen weiter weg dann. Ho. Jo, CX Hi. Oh shit, Richtung 50 sind auch welche anscheinend. Genau, alles zu Smoken so. Dass wir halt irgendwie das da einnehmen können, dann da hinten. Wobei die Ecke, wo wir sind, jetzt gerade ziemlich gut ist, ne? Falls wir die halten können. Ja. Hinter uns, hinter uns. Der liegt da irgendwo, Vorsicht. Richtung Süden. Am Baum auch. Ist tot. Baum ist tot. Einer liegt noch Richtung 60, ne? Da liegen, da liegen welche, Richtung 60. Oh. Oh, nice. Guck mal, der hat sein Mate Gold, glaube ich, ne? Einer noch, einer. Der muss hier irgendwo liegen. Ich glaube, der liegt Richtung Nordosten irgendwo, wo die Zone enden wird. Aber werden wir gleich sehen. Wir haben ja hier ein bisschen Hügel. Perfekt. Hast du noch Nates? Irgendwo? Ne, gar nicht. Hast du viel, Muni? Weil dann schieß einfach ein bisschen auf den Boden. Guck, ob der irgendwo aufsteht. Der muss da irgendwo sein, ey. Ist doch schwer, den zu sehen, ne? Tapp lieber so ein bisschen. Einfach so alles einzeln abtappen. Dass der denkt, wir haben den jetzt gesehen oder so. Und dann steht der vielleicht auf. Ich sehe ihn nicht. Ist das krass, oder? Dass man den nicht sehen kann. Auf jeden Fall irgendwie zusammenbleiben. Der muss irgendwo Richtung Baum sein, Nordosten 50. Ich habe ihn kurz gesehen. Ey, das reicht mir jetzt. So. Jetzt hat es mir gereicht. Gigi ist hier. Wir haben es. War es eine Community-Zerstörung. Gigi ist Go-Man. Oh! Oh, nice, man. Wir haben. 中国 ist guts. Fogy in England. Von Nieders. Gut mit angst! In England. Gut mit für. rip. Wie in England. Vielen Dank.